Dachpfannenbefestigung aus Edelstahl zur hausseitigen Anbringung von feststehenden und aufrollbaren Sonnensegeln. Die perfekte Lösung, wenn der Abstand zwischen Außenwand und Dach nicht ausreicht, um Ihre Sonnensegel in gewünschter Höhe anzubringen. Eine stabile und komfortable Lösung. Sonnensegel-Dachpfannenbefestigung. Eine stabile und komfortable Lösung, um Sonnensegel an Häusern mit geringer Wandhöhe zu befestigen.